Willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare 3. Steffen Axi und wir haben einen Stargast namens Theresa und wir zocken wieder Call of Duty und wir zocken das du das. Jawoll Jolte was geht. Los geht's. Ja. Wasch und Biest auf jeden Fall. Ich hatte Nachrichten. Oh Gott. Steffen macht nicht scheiße aus. Tote Boote. Tote Boote. Bagger müde und Bagger muss schlafen. Ja das ist doch geil Mann. Alter du hörst uns jetzt nicht ne? Ja aber. Nach einem Video hörst du das. Ja dann möchte ich es jetzt doch wiederhauen. Du hörst nur den Sound der jetzt im PC ist. Alles klar. Du hörst jetzt hier den Ballern. Ja ich bin der Stargast ne? Ja Stargast kriegt das Headset Leute. Na klar. Du hörst immer ne? Immer eigentlich ja. Okay. Vierte Let's Play ne Junge bei der CW. Vierte? Ja stimmt hast recht. CW Modern Warfare 3 hier mit Steffen Axi und Stargast TT. Genau. Ja wie sieht das aus? Ja wie lange dauert das denn? Piece by Piece. Lies mal mach mal ein bisschen schneller DJ. Ja das muss laden. Das kann nicht sein. Steffen lese mal vor. You want... Ist grad nix. Warte ich klicke gleich weg. Ask for... warte warte warte. one for one price. Eine muss halt... jetzt geht's los aber du stirbst nicht ne jetzt du hast gesagt du stirbst nicht okay ich sterbe heute nicht heute wird er nicht sterben Leute 5 Euro darauf dass er stirbt okay ihr seid voll die Opfer ihr hört das nicht nur ich 5 Euro ne wenn ich sterbe ja kriegst du 5 Euro wenn ich krieg von dir 5 Euro ja Leute wenn du nicht stirbst kriegst du 5 Euro du hast ja ne ja ich sag wenn du stirbst krieg ich 5 Euro ne ja wenn du nicht stirbst in der ganzen Mission ja ja in der Aufnahme jetzt kommt jetzt ja also wenn du nicht stirbst kriegst du 5 Euro wenn du stirbst krieg ich 5 Euro was für ein Deal hier heute Abend um wie spät ist das eigentlich ne 8 Minuten vor 1 oh keine Sache okay Deal or no deal das ist heute die Frage aber ich höre uns nicht ohne Scheiß du hast mich voll verarscht und so ja du hast gesagt ich höre mich nein du hörst dich nicht ja witz warum setzt du das dann auf aber egal Sound das ist ein bisschen abgehen um Hauptsache Steffen steht vielleicht aber ich vervorruf dich ja 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 ich habe mich vervorruf von dir Leute Artel weinst du stirbst? ich hab kein Nacht jetzt ich hab dir heute ja zum Gehen genommen weil er ganz sicher nicht stirbt Axi du darfst auch mit näher kommen näher kommen? ja kannst du richtig machen ok ok kein Problem ich hab 15 Minuten näher Leute heute nicht mit Bierchen mit Bierchen ich hab auch ein YouTube Account ehrlich jetzt ohne Scheiß ich verarscht euch nicht mhm aber ich weiß mein Passwort nicht mehr oder so ja aber wirklich aber mich kann man ja auf Facebook erreichen ne ja ok ja alles gut unter hotgirl.de.1000 Spaß Leute deckt euch das Spaß man ich bleib anonym auch wenn ich deine Seite geliked hab wahrscheinlich als einziges Mädchen höchstwahrscheinlich ja das kommt noch kommt noch kommt noch ich bin da ganz optimistisch ne also wollt ihr ne teilen, liken, kommentieren ja und an dieser Stelle nochmal teilen, liken, kommentieren und nochmal teilen, liken, kommentieren ja wenn ihr damit fertig seid teilen, liken, kommentieren und das Video ist Hammer und das Video ist Hammer Steffen ist Hammer Steffen spielt H.A.A. Doppel M.E.R. Hammer yeah und das Video ist Hammer ja erstmal weiter singen komm gönn wir und zappen dann kann ich den Text ich konnte den auch nie ich auch nicht ey was ist da los ja keine Ahnung der hat doch nichts anderes zu tun ey der hat doch nichts anderes zu tun ey der kann das ja wirklich hä ne das heißt außer dir und Mama gibt es keinen mehr weißt du Mama Mama ist immer Mama ist immer Platz 1 das ist einfach ne ungeschriebene Ey warte 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 an dieser Stelle grüße ich meine Ma ich auch Hi Mama wenn du das siehst anscheinend ey eigentlich nicht aber egal kommentieren abonnieren kommentieren teil abonnieren Mama kommentier das doch bitte mal Alexander du bist mein größter Staatsherz herz herz ja du hast es wohl nie gedacht dass ich es so weit bring ne Mama aber siehst du so richtig geil ich bin kommentator im Video wo Steffen spielt ja du hast es weit gebracht mein Junge ja immerhin ne Nimm ich Skael 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 AK47 Junge Alter bist du ein bisschen ne Klatschstoffe ich mag die AK47 ja nur weil ich das nicht zocke sondern einfach nur ne weißt du ich rede Black Ocks Black Ocks das ist sowieso ein bisschen Black Ocks und äh Dingens ähm oh hilf mir mal ich sterben schlau was ich gerade gesagt hab ähh Battlefield na ja das ist auch geil aber warte 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 ich weiß welches also warte 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 äh GTA GTA oh GTA da werde ich richtig zu früh hier ohne Schade es kommt bald GTA 5 raus ne hast du GTA ne ich bin GTA oh warum denn ne ich hab halt GTA ja schade Steffen Steffen bringen erstmal hier hin dann machen wir voll die Zocker Party ich geh voller ab wuhu ich hab das hier ne du hast es hier oh lass ich GTA spielen warum machen wir so ne Scheiße hier ja Hubschrauber ich will Steffen du stiebst gleich ne ich bin nicht tot das gehört zum Spiel gib mir das nein gib mir das Steffen kriegt das jetzt ich will das machen wuhu Hauptsack Steffen stieb gleich lass es lass es ich kann das wohl ey Steffen wenn du stiebst ne ich sterb mich das muss so ja 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 der hat sich einfach so ein bisschen raus so ein Wichser ne so ein Wichser ne ja richtiger Wichser ne der hat sich die einfach so ein Mission raus und mach mich dafür das sieht doch noch aus wie ein Zocker ey erst mal Brille aufsetzen ne damit du dir alles besser sehen kannst ne klar ich bin mir die richtigen oh leck mich fall runter fall runter boah bitte fällt da runter 5 Euro mal ich krieg auch 5 Euro ne wir kriegen alle 5 Euro in der Stehen ja ich krieg 2 mal 5 Euro achso ja ich bin VIP ja 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 guck mal den Fahrstuhl spring nochmal rein hopp die Models hopp die Models du bist der Gründe warum sich zu leben oh no oh das war schön oder ohne Scheiße hast du richtig genossen oder oh ja die ganze Zeit ja ich finde auch klasse lieb rechts war noch einer rechts war noch einer den doch nicht erst mal alle töten ne da pass auf genau den meint ich da haben wir noch eine ist aber auch ein scheiß Visier oh ja du brauchst eine Holo du brauchst einen Klatschaffe wenn du jetzt das sind die chilligsten oh scheiße die laufen rum klatsch 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 bumm ich sag dir wenn du jetzt einen Klatschaffen wättest ne wenn du ich sag dir du hättest die Mission gewonnen wär jetzt schon nur angefangen ey jetzt jetzt du hättest die Mission angefangen hättest du schon gleich gewonnen zack Klatschaffe leider alter kann er sich keinen Klatschaffen weißt ja schade will Steffen ja der hört ja eh nix er so verdient jetzt sein Spiel er hört uns gar nix der sagt doch gar nix mehr der ist doch gar nix mehr der ist doch schüchtern gewonnen der ist doch gar hartziges Wort von euch alter ja dann lauere doch mal irgendein Schatz zieh mal ohne ja der zocker halt ne ja das richtige oh ja meine Hände stinken nach Dinges nach Rauch hä? nein nicht nach Kacke wie bist du denn drauf man? nein nach Rauch wo du so viel geraucht im Keller ich rauch der nicht ne ich rauch nicht ne weil der Anti ja ich bin auch ein Anti ja ich bin auch ein Anti Steffen auch kann ich da nicht haben sowas Steffen du bist von der Anti bin zwar keine Pussy aber das stinkt sowas voll so eine Verdauung ist in Ordnung ich hab den vorher mit Burger gefüttert ich hab gedacht wenn ich mir gönne darf der sich auch gut gönnen ja das stimmt auch da muss ja immer gerecht bleiben ne? es gibt auch so Freaks die stehen mitten auf der Tanzfläche im Index und füttern erstmal ihren Poop also so krank bin ich nicht das ist doch voll geil guck mal einen großen Panner das ist krank ooooh ich bin nicht tot ich bin nicht tot ja ehrlich sieht der gut aus wie viel ne? also würdest du den gut heiß? würdest du den nicht? klar ich würde den sofort hier ja ne? und so kann ich gut verstehen nur ja hier ist ja schlusslich Crow ey du bist gestorben wir ey Opfer du bist gestorben und mich auf Opfer reagiert er schon oh oh das müssen wir uns merken ja ok ey Opfer fahr hoch fahr mal schneller fahr runter fahr runter ey Opfer du kommst doch nicht mal rein alter wer der hat sich gleich rüber aufer lieb ha ha Opfer oh ey Opfer fahr mal runter ey Opfer fahr mal runter oh die Schnauze ey da reagiert er ja wirklich drauf boah Junge alter in den letzten der Space ne? 5 mal gestorben oder so ne? und jetzt wird's um ein Auge aber warum machen wir guck mal jetzt bin ich hier anstatt mal was lustiges zu machen ne? nein Steffen geht hier voll ab ja und der der macht ja alles kaputt ja guck mal brennt er erstmal ne Runde ich bin nicht tot ja ja kannst du allen erzählen aber nur nicht mir mir auch da siehst du ich lebe noch du bist ganz schön hässlich ey das ist Jake Harper nein das ist Price weil das ist ja bei Far Cry Jack noch mal finde ich trotzdem nicht heiß auch wenn das Propeller-Dingsbums da heiß ist ein bisschen left maus Junge nicht right los du musst schon mal drücken ich mach dir die ganze Zeit wie du maust hast alter wirst du nicht schnell genug merkst das nicht? du bist wieder low ja du bist low du musst auch ein bisschen hier Gas geben ja aber ey ey lass mich nein geh weg nur weil ich das kann und du nicht ey du bist gleich tot guck mal der schießt sich jetzt ab BOOM nein macht er nicht macht er wohl wenn ich dem das sage dann macht er das siehste fühlt sich wohl hart ne? ist das Glück gehabt dass ein Kollege gekommen ist ja aber hast richtig Glück gehabt wär der nicht da dann wär aber und hätte ich dem das Kommando gegeben dass er den abschießen soll hätte er es auch getan ja fuck den lässt man halt herrlich linker Haken rechter Haken voll drauf voll auf die Mörbe ja klar der hat's verdient left mode und right mode klick irgendwas schloss egal ganz egal irgendwas ja drück A B C ganz ehrlich ne jetzt so was und stirb du alter Gandal guck mal wie der abgeht der ist richtig im Spiel drin das ist voll der Psycho stirb ich hab gewonnen alter guck dir das an und jetzt zieh ich mir erstmal ne Zigarre alter du hast keine Zigarre Wetten ich hab ne Zigarre 10 Euro 10 Euro Zigarre deine Beziehung ist wie ne Zigarre du hast keine schade Steffen guck mal ey ich hab ne Zigarre alter guck dir das an ja im Spiel in was für einem Leben lebst du denn? lebst du im Spiel oder was? ohne Witz wohl hast du dann ne Zigarre Zigarrello guck dir das an ich hab ne Zigarre gleich die Fluppe danach ey hier steck dir erstmal in eine Hand ey siehste hast du das gesehen? rechte Hand hab ich nicht gesehen immer nochmal ja Hauptsache Zigarre mach mal mit Streichhölzer an und nicht mit Feuerzeugen was willst du für ein Low Bob ich hab ja den Zippo das reicht Chef hast du nicht auch eins? guck mal der kriegt das nicht an oh doch Opfer ey so Low ne ja ehrlich die 5 Euro kriegst du in ihrem Leben Junge ich hab gewonnen alter 5 Euro ne deine Mama kriegt 5 Euro für den heutigen Abend ey 5 Euro wofür? letzte Nacht AXI war gestern Abend schlafen ja mit AXI alleine dann will ich nochmal nachgucken du stehst immer alleine du Opfer ok wir haben das Spiel geschafft Juhu Leute was geht ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Tag wie auch immer ja ich denke immer AXI als Special Gast Stargast tschüss ich grüß meine Mama ich grüß auch meine Mama ja genau Mama tschau hau rein